Norddeutscher Rundfunk 2021 Sie nehmen das gerne mit und gehen trotzdem mit einem guten Gefühl auf Leverkusen, weil wirklich noch alles offen ist. Ich habe sicherlich eine Achterbahnfahrt gesehen, von dem Gefühl. Wir sind gut offen auswärts in dieser Saison und es ist alles möglich. Wir sind gut offen. Sie nehmen das gerne mit. Nichts.